Musik 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 Und die dahinter kommen, die müssen richtig erstmal einen zusammenkneifen. Da bleibt dann wahrscheinlich schon mal das Herz stehen, wenn der so dicht vor einem liegende eine Piräute einlegt. Ja, es ist in der Situation die Situation mit dem Dirk Müller und dem Stefan Kreutmeier. Nein, das war er nicht. Das war der Frank Stubbler. Frank Stubbler, die von der zweiten Position weggeschossen wurde und das wortwörtlich zu nehmen. Da wird es nachher erstmal ein paar Entschuldigungssätze geben müssen, denn das war nicht fair. Ich glaube, da wollte er es einfach mit der Brechstange probieren, um an seinem Teamkollegen, dem Marc Basin, dran zu bleiben. Und das war eine Passage, der in dieser Situation einfach doch sehr, sehr wagemutig da vorbeizugehen. Das zeigt aber auch, wie hoch der Konkurrenzdruck innerhalb des UPS Junior Porsche Teams ist. Ich denke, das war noch irgendein Fehler oder irgendeine Sache aus dem ersten Dreher, weil er da auch relativ brutal von der Strecke gerutscht ist. Also da kam er aus der Kurve raus auf den Dreck und dann, wenn da, was weiß ich, 315 Ampers auf der Hinterachse immer richtig quer kommen, dann ist es doch sehr, sehr schwierig, das alles im Griff zu behalten. Und ich denke, dass da irgendein Problem rausresultierte. Noch 19 Runden, eine Höllendistanz bei hochsommerlichen Temperaturen. Die Fahrer müssen hier perfekt vorbereitet in dieses Rennen gehen. Und wie man das am besten macht, das erklärt uns unser Rennphysiotherapeut, der Axel Matschul. 30 Jahre Berufserfahrung, der hat hier seine Profis voll im Griff. Und wenn sie klug sind, dann halten sie sich an seine Tipps. Das stimmt, zumal in der Kurve da noch mal Gas wegzunehmen, also die Autos sind gerade in der Bremsphase. Das sollte da noch mehr wegnehmen, also da möchte ich es auch gar nicht mehr zu sagen. Das sollen die unter sich ausmachen. Schade für den Frank Stippler, er ist auch ausgeschieden auf Rang 11 liegend. Dabei war er vor dem Rennen so optimistisch. Hier sehen wir jetzt den Dirk Müller, der in der Anfangsphase am dritten Platz lag. Und da eine kleine Aktion schon mit dem Frank Stippler. Der zurückgefallen ist jetzt hier im Windschatten von Hans Willems. Der geht mit geradem Rücken hier durchs Fahrerlager, als ob er schon seit 10 Jahren dazugehört. Und ist natürlich ganz besonders stolz. Seine Eltern mit dabei. Papa und Mama werden das Ganze hier mit Riesenfreude begutachten, was der Sohnemann auf den Asphalt legt. Aber sicherlich kann er mit recht, doch recht selbstbewusst und souverän durchs Fahrerlager gehen, weil die Leistung ist schon ziemlich hoch anzusiedeln, da die Pulp sich vor den alten Hasen rauszufahren. Die Reihenfolge bei Sengenland, Gerhard Müller, schon wieder auf Rang 3 vorgefahren, wie ein Siegerland still. Heimlich schiebt er sich da immer um eine Position nach der anderen, nach vorne. Das kriegen wir meistens gar nicht so richtig mit. Dann guckst du auf den Computer, dann ist der plötzlich Dritter. Also der hat eine Riesensteigerung im Verlauf der Saison hingelegt. Zumal so ein dritter Platz aus Siegerland doch auch eine gehörige Portion Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in dem Fahrer gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017